Hochwertige und schicke Fahrradmode, die windundurchlässig, regensicher, wetterfest, umweltfreundlich, funktionell und komfortabel ist, findet man nicht an jeder Ecke. Doch genau mit diesen Attributen tritt der deutsche Hersteller Amity Fashion an. Das Besondere ist das Material, eine speziell verarbeitete Baumwolle, die höchste Qualität garantieren soll. Für Menschen, die stilvoll und umweltfreundlich gleichzeitig Rad fahren wollen, auf Plastik am Körper und in den Weltmeeren verzichten wollen, haben wir Fahrradfunktionsjacken aus reiner Baumwolle. Das ist ein legendäres Material, das es schon 60 Jahre gibt, in der Schweiz hergestellt wird und in Europa verarbeitet und genäht wird. Die Amity Jackets setzen auf klassisch sportives Design und sind mit zahlreichen fahrradrelevanten Sicherheitsfeatures ausgestattet, die aber die Büro- oder Business-Tauglichkeit keineswegs einschränken. Designt und produziert wird in Europa, wodurch auch die sonst üblichen langen Transportwege aus Fernost entfallen. Für den Citybike Mantel und den Blazer sind jeweils rund 400 Euro zu kalkulieren.